Guten Morgen! Ich habe zurzeit Besuch von meiner besten Freundin Sarah. Die ist gerade im Bad duschen und ich habe auf diesen Moment einfach nur gewartet, denn ich habe einen kleinen Prank. Also es ist jetzt nichts großes oder so, aber ich möchte sie diese Woche nicht so schnell wieder vergessen lassen. Deswegen ein paar kleine Pranks. Ich würde sagen, wir starten mit dem ersten. Ich glaube, die ist schon fertig. Aua! Ich brauche Klebeband. Ah nein, es geht weiter. Scheiße, das ist vollautes Klebeband. Das ist vollautes Klebeband. Ich hoffe, sie sind es nicht. Ich muss jetzt mit dem Handy weiterfilmen, weil meine Kamera, da ist der Akku leer. Voll der Scheißdreck. Jetzt müssen wir erstmal warten, dass sie rauskommt. Sie ist gerade noch am Duschen. Wie lange duschen, Mädels? Die Duschezeit, keine Ahnung wie lange. Das kann doch nicht seaaaaaain. Ne. Sie ist jetzt aus der Dusche raus. Jetzt kann es nur noch Minuten dauern. Mal schauen. Nein. 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 Alter, Mann! Du scheiß mit dem Tod! Blöde, abwöde! Nä, warte! Sag Hallo! Hallo! Glöde, Mann! Gar. Was? Untertitelung des ZDF, 2020